Mein Internet war ja noch nie wirklich das Beste, aber was im Moment los ist, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ihr seht's, DSL nicht verfügbar. Danke, Vodafone. Und das ist schon seit Tagen so. Die Leitung bricht immer wieder zusammen, ich krieg nichts hoch. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich, ja, das die Woche nicht wirklich was hochladen konnte, weil einfach immer der Scheiß zusammenbricht. Das ist ganz, ganz konfus. Telefon ist zum Glück nicht so, äh, das hat nicht so die Ausfallrate. Das ist meistens DSL, was zusammenbricht, also das Internet selbst. Ja, gut, Telefon ist auch nicht gerade das Beste, aber es ist teilweise starke Störgeräusche. Ach, das Ganze noch in einem Mehrfamilien- oder Mehrparteienhaus, alle am selben Netz, wechseln und so ist das auch nicht so einfach. Ich könnte kotzen. Äh, ja, Leute, das ist eben der Grund, weshalb es erst mal nichts kam, nichts kommen konnte. Äh, ja, könnt euch vorstellen, dass ich, äh, Skype und so, dass ich da auch drüber, äh, sehr freuen. Äh, ich mein, dass ich so halt auch früher skypen kann oder so, und, naja. Äh, ja, ich muss gucken, was ich da, was, ich muss gucken, dass ich jetzt erst mal dieses Video nicht zu lang mache, damit ich es noch irgendwie hochkriege. Denn es gibt ja immerhin noch kleine Phasen, wo ich dann mal DSL habe. Und bis dahin, ja, Leute, man hört sich. Ciao. Wünscht mir Glück. Bis irgendwann. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück.